Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Euro-Millionen-Studio. Neun Länder, ein Spiel, neun Runden, kein Europod-Gewinn. Der Europod ist weiter angewachsen und heute bereits mehr als 132 Millionen Euro schwer. Mit der richtigen Portion Glück und einem Solo-Gewinn würde diese Summe direkt auf Ihr Konto wandern. Ich hoffe, Sie haben mitgespielt und Ihre Quittung liegt bereit, dann drücke ich Ihnen die Daumen und wünsche viel Glück. Die Ziehung hat wie immer in Paris stattgefunden und folgende Zahlen wurden ermittelt. Zuerst ging es um die fünf Zahlen aus dem Zahlenbereich von 1 bis 50. Die erste Zahl lautet 50, 50. Die zweite ist 26, 26. Weiter geht es mit 47, 47. An vierter Stelle befindet sich 22, 22 und mit 38 ist die erste Zahlenreihe komplett. Nun kommen noch die zwölf Zahlen des Sternenkreises. Daraus wurden zwei Zahlen gezogen. Die erste Zahl des Sternenkreises lautet 6, 6 und die zweite ist 2. Der Österreich-Bonus von Dienstag ist auf das Konto eines Spielteilnehmers oder einer Spielteilnehmerin in der Steiermark gewandert. Die Ziehung des Österreich-Bonus hat auch heute wie immer unter notarieller Aufsicht stattgefunden. Sollten Sie die hier eingeblendete Nummer für Ihre Quittung haben, können Sie sich über exakt 100.000 Euro freuen. Allen Gewinnerinnen und Gewinnern dieser Ziehung gratuliere ich sehr herzlich. Anzahl und Höhe der Gewinne erfahren Sie im ORF-Teletext auf Seite 723 unter Win2DAT aus den Tageszeitungen, unter der Servicetelefonnummer 0900 900 600 sowie in Ihrer Annahmestelle. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, ein schönes Wochenende und freue mich auf ein Wiedersehen bei Euromillionen hier in ORF 2. 1